SofaTutor ist die preisgekrönte digitale Lernplattform für Schülerinnen und Schüler von der ersten Klasse bis zum Abitur. Bei SofaTutor haben Schulkinder und Lehrkräfte den Zugriff auf das gesamte Curriculum. Knapp 11.000 Lernvideos, über 40.000 Übungen und über 38.000 Arbeitsblätter. Im Lernabenteuer SofaHeld finden Grundschulkinder ihren eigenen Übungsbereich mit den wichtigsten Grundlagen. Alle liebevoll gestalteten Inhalte auf SofaTutor folgen den Lehrplänen der Bundesländer übersichtlich in Klassenstufen und Lernjahre unterteilt. Jede Klassenstufe wird in einzelne aufeinander aufbauende Themengebiete aufgeteilt. Und wenn beim Lernen noch Fragen offen bleiben, helfen Lehrkräfte live im Hausaufgaben-Chat. Sie stellen sicher, dass kein Schulkind abgehängt und Lernen kein Frustfaktor wird. SofaTutor Die umfangreichste Lernplattform im deutschsprachigen Raum Die umfangreichste Lernplattform im Bewegung im Auftrag des ZDF-Titels von Lernmuster Berlin. Die umfangreichste Lernplattform im Auftrag des ZDF-Tor habiliten. Die umfangreichste Lernplattform im Auftrag des ZDF-Titelfulness. Untertitelung des ZDF, 2020